So, weiter geht's. Wie versprochen. Okay, wo sind wir denn stehen? Hier. Einen Schlüssel gibt's hier? Wir haben noch nicht mal die Eier eingesammelt, ey. Doch, da ist wohl keine Schlosskiste. So, ihr Jungen da. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Scheiße. Nein, jetzt fällt er auch noch ab mit dem Arsch. Okay, das sollte zu schaffen sein, da hochzuspringen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das brauchen wir, glaube ich. Also ohnehin kommen wir gar nicht da hoch. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie wir das schaffen hier. Jetzt stehen die wieder richtig. Ja. Alter, ich hab viel zu viel Dreiecke gepackt. Ich bin fast hier unten gelandet. Lauter Edelsteine, das ist immer gut. Ist das Eis oder was ist das hier? Ja. Ich muss jetzt noch gar nicht testen. Wäre nicht so sein. Boah. Ich weiß gar nicht wo wir jetzt sind. Ach da sind wir. Das ist hier. Hier. Hier kommen wir auch irgendwie hin. Okay. Was haben wir denn jetzt gesammelt? Ach. Viel zu wenig. Okay, das Speicherpunkt. Da habe ich jetzt mit Dreien. Wir haben gerade gespeichert. Und was verstehe ich hier? Oh nein. Oh Gott. Die helfen uns. Wie geil ist das denn? Ich hab gedacht ich sterbe. Okay. Das ist doch mal eine nette Geste von denen. Was die uns hier helfen. Ich hab schon gedacht ich sterbe. Okay. Da glitzert aber auch noch was. In der anderen Höhle. Wir gucken mal. Wir gucken mal ob wir da reinkommen. Was ist denn hier für eine Höhle. Ach die Höhle war das. Okay. Hier war mindestens noch eine Spinne irgendwo. Und zwar hier unten. Und zwar hier unten. Hier ganz unten. Nein. Okay. Wie zum Teufel schaffen wir das? Hä? Den habe ich doch schon gelähmt. Habe ich den vergessen? Okay. Schmackliches Geräusch. Ja. Das war so. Jetzt hilft ihr mir nicht. Ist klar. Weil ihr auch nicht da in der Nähe waren. Fuck. Das war so. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wie ich da hin komme. Okay. Das haben wir geschafft bis dahin. Wie schafft man das hier? So weit komme ich doch gar nicht. Wo ist die Fee? Da ist die Fee. Aber trotzdem. Das bringt mir hier gar nichts. Doch. Moment. Moment. Könnten wir doch schaffen. Ich weiß wie wir da hinkommen. Ich weiß wie wir da hinkommen. Ich will mich mal gucken. Oder? Ich muss schon mal irgendwo in der Lage sein da hin zu kommen. Ich glaube wenn wir von hier aus das machen. Ich will jetzt direkt hier runter fliegen. Jetzt muss man uns beeilen. Ja hier. Schnell. Okay. Wir haben es geschafft. Sauber. So haben wir den für sie bekommen. Oh Gott. Das war so knapp. Okay. Wo waren wir denn jetzt noch nicht gewesen? Mit dieser Sucherei hier. Ah ja genau. Hier. Dann speichern wir jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht ob wir das schaffen. Mit diesem super Sprung. In die andere Höhle zu fliegen. Ich finde sie wie er links reingeflogen. Mal probieren ob das funktioniert. Ja. Es hat funktioniert. Alter. Wir sind noch so schnell. Es hat funktioniert. Zauber. Okay. So hier war nur das. Drinnen mäht es hier nicht. Ne. Uff. Also jetzt müssen die mir helfen. Und das werden sie auch tun. Ich glaube da oben ist der Eierdieb. Wo kommen wir denn da hin? Ach auch so. Okay. Ich verstehe. Das muss man irgendwie schaffen da rüber zu fliegen. Mit dem super Sprung. Das wird schwer. Okay. Die helfen uns jetzt. Das ist schön dass die uns helfen. Das wird sauber. Okay. Wo war das jetzt? Okay. Die ist mal da aber mal. Okay. Das haben wir ja locker geschafft. Da oben ist der Eierdieb. Wir müssen den irgendwie überraschen. Ich weiß nämlich nicht in welche Richtung der läuft. Die ist noch da. Wir sammeln erstmal die Edelsteine hier ein. 85. Ja. Sauber. 87. Wieso soll ich das schaffen? Wir dürfen nicht hier abfallen. Der läuft hier immer umkreis. Okay. Das ist gut zu wissen dass der hier umkreis läuft. Das ist gut. 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 Normalerweise könnte man den da treffen. Ich möchte auch nicht abfallen hier unbedingt. Und das hätte ich nicht gelebt. Ah! Aua! Das Wasser schadet uns. Ja! Ich hab dich! Sauber! Ja jetzt fehlen noch uns noch, wer ist das Level hier überhaupt wo wir sind, ah da unten Hike Caves, hundert, so irgendwas, nicht mehr viele, drei von drei Drachen haben wir schon, uns fehlt noch ein Ei, oh Gott, was soll der denn sein, okay, wir kommen jetzt wieder zurück, ein bisschen mit diesen Elfen hier, Elfen der Elfen, genau, Uff, naja, jetzt kommen wir wieder ganz hoch, geht immer noch, können wir hier schon speichern jetzt, nochmal, hier seht ihr auch, hier seht ihr auch, okay, also fest, nicht schlecht, weiß ich nicht, wo bringt der mich hin, nein, okay, da wollte ich eigentlich nicht hin, ein bisschen hier, die andere Seite, ach so, okay, weiß gar nichts, okay, hätten wir auch so locker rüber fliegen können, okay, da war nichts, das weiß ich, war eine kleine, die fehlen hier, ja, wo fehlt denn es, ach da hinten, guck mal hier, wir haben eine ganze Menge hier, übersehen, okay, so, wir fehlen uns eigentlich nur die Elensteine, was haben wir denn jetzt, 430, so, ach, da ist der andere Eintrieb, okay, wie soll ich das, rechts oder links, was sagt er, links oder rechts, nur erstmal links, rechts, okay, was haben wir geschafft, ja, ach, die helft uns, da wieder, die helft, dann passt das gut, mal zu essen, 10, Nein, das sind aber immer noch nicht alle. Wir haben 465, fehlen nicht mehr viele Edelsteine. Aber das ist geil. Aber wir können auch direkt darüber, kein Problem. Feuerdieb, ich krieg dich. Ok, läuft immer im Kreis hier. Aber wir haben alle Edelsteine, super. Das ist nur noch den Eierdieb und dann haben wir das Level beendet. Der ist aber auch schnell hier. Ich krieg den kaum. Dann bin ich so langsam. Dann kommen wir jetzt schon näher. Dann kommen wir jetzt schon näher. Alter, die Kurven, ich... Wir müssen versuchen, kleinere Kurven zu nehmen, damit wir Leben bekommen. So zum Beispiel... Ah, wack! Handelt sich nur um Jahre. Um Lichtjahre. Nein! Ich hasse immer so eine Aktion hier mit den Eiern, die immer die sind. Und so flink. Nein! Nein! Schon wieder daneben. Ich mach es. Ich habe lange hin. Ich habe einen Aufmerksamkeit. Und bin ich nicht gefüllt. Ich habe einen Aufmerksamkeit in den Eiern. Ich mache mich nicht mehr. Ich mache mich nicht mehr. Ich mache mich nicht mehr. Das war nicht schlecht hier mit dem Sprennturmlaufen. Jetzt sind wir etwas schneller auf der Graden. Komm, die Flammen haben den schon längst berührt. Ja, wir haben ihn, sauber. So lange probieren, bis wir den bekommen haben und wir haben es geschafft. Das Level ist fertig, 2 Eier, 500 Edelsteine, 3 Drachen von 3, sauber. Uns fehlt hier nicht mehr viel, wir haben schon 47% und fast alle Eier haben hier oben. Es fehlen noch 2 Eier. Cool. Jetzt kann man das Level beenden. Genau, direkt hier speichern. So, das haben wir. Alpine, Highcase, Crystal Flight. Jetzt muss man gerade mal gucken, welches Level gehen wir noch nicht mal. Und die Levels, die sind sehr verteilt hier. Wir sind überhaupt, aber da kann man das nicht in der Welt. In Pienerich, da waren wir. Jetzt sind die wieder alle da. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Mal überlegen. C- Hier, hier! Hier, hier! 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 Ja! Ich schraube! Hier! Hier! Hier, hier! Hier! Ich habe schon von Café! Also das war so knapp blowhard. Können wir nochmal reingehen gucken? Gut 10 Minuten können wir noch aufnehmen. Wir müssen erstmal gucken, wieviel wir hier in unseren A400 Edelsteinen haben. Das geht ja noch. Und ein Drache gibt es hier. Immer keine Eier. Keine Eier. Du bist du alles gut, ist das ein Gericht. Damit nicht nur ein Gericht. 蒸 uns das Gericht nicht mehr so gut ist. Du kannst immer noch einen Garten von ihnen Knowingemnehmen sehen. Verdammt die Eier. Aus der Erste nahe. Alles Gibt hatte. Das Gericht? Das Gericht? Das Gericht? Die werden blitzen, das kann ich auch mal haben. Der kommt hier mit Wörbelwühner an. Oh, die sind jetzt zum Donner diesmal. Irgendwie können wir da durch. Okay, die hat die 2 aufgemacht. Sehr schön. So. 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 Komischen Zauberer hier immer. So. 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 Sie haben keine Ahnung, wie lange ich in Krystal geblieben bin. Und, äh, weder do ich. Wer bist du wieder? Ähm, ich bin weg. Woah, woah, woah! Okay, das war knapp. Woah, Gott! Okay, sind die gleich hoch? Ja. Das ist viel zu weg. Woah! Nicht zurück! Und diese Kissen hier, das habt ihr ja schon öfters gesehen jetzt. Die glühen nur, wenn wir die mit Feuer anspucken. Die können wir nur mit unserem Kopfsprung kaputt machen. Ja. Ach, und das ist geiles. Ja, ich bin in Engel. Ja, ich bin in Engel. Ja, ich bin in Engel, oder? Das ist schon mal, oder? Ich bin in Engel. Ja. Ja. Okay, wir gehen jetzt. Okay. Okay. Ein Zehner, okay. Zwei Fünfer. Zwei Fünfer. Zwei Fünfer. Zwei Fünfer. Zwei Fünfer. Sechs, okay. 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 Das ist geil. Ich hab gedacht, der fliegt noch irgendwo anders hin. Macht uns irgendwo noch den Weg frei. Okay. Warte. Das war's schon. Okay, das war mal kurz das Level hier. Hammer ist. Das ging aber schnell jetzt hier. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay. So. Dann können wir auch direkt nach Hause. Steht nämlich hier oben. Return home. Ich bin gerne noch immer da rein. Ab nach Hause. Super. Ich möchte speichern. Also hab ich euch noch gar nicht gezeigt. Diese Gegner hier. Wenn wir die schon einmal erledigt haben. Dann lassen die Kugeln fallen. Und ein Leben meistens. Und diese Kugeln. Wir sagen das. Wenn wir die eingesammelt haben. Wir bilden immer einen Kreis um uns herum. Um eine Anzeige. Und wenn die voll ist. Die Kugelanzeige. Dann bekommen wir ein neues Leben. Das weiß ich nicht. Ob wir alles erledigt haben in dieser Welt. Dann können wir theoretisch. In die nächste Welt fliegen. Ich würde jetzt erstmal hier. Die Aufnahme vorab beenden. Und sag dann bis morgen. Dann machen wir demnächst hier. Mit dem hier weiter. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da. Abonnieren könnt ihr mich auch. Und. Ja. Ciao, ciao.